Muschtest du das? Warum? Oder das? Hallo, ich bin Sir Ulrich von Liechtenstein. Und ich bin Monika und du brauchst das laufende Fernseher. Warum, Monika? Du kannst es beim... Joggen benutzen. Die Natur genießen benutzen. Was kann es machen? Du kannst es mit deiner Stimme veranderung. Was ist denn da? 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 Es kann auch kochen. Wie viel kostet das? Nicht 100 Euro. Oh! Nicht 50 Euro. Oh! Ja! Nicht 20 Euro. Was?! Ja! Aber 900.000 Euro! Was?! Ja! Aber warte! Es gibt mehr! Das laufende Fernseher hat einen Tassehalter. Aber warte! Ruf jetzt an und du holst eine Tasse! Das Sonderangebot ist für 900.000 Euro. Du kannst 900.000 Euro kaufen. Wie kann ich dieses kaufen? Ruf 739 762 5912. Bis jetzt!